Axel Schweitzer ist ein deutscher Unternehmer. Schweitzer führt als Vorstandsvorsitzender zusammen mit seinem Bruder Erik Schweitzer die Alba Group. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Seit 2006 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Alba Berlin Basketball GmbH, seit 2008 Vorstandsvorsitzender der Alba See. 2013 vollzog die Alba See einen Wechsel vom dualistischen in ein monistisches System, Schweitzer wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. Seit Oktober 2013 ist er Mitglied des Sprecherteams Greater China des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. Leben Axel Schweitzer studierte nach dem Abitur 1989 in Berlin bis 1993 Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität in Berlin. 1995 promovierte er dort zum Dr. ING. Schweitzer engagiert sich nach eigenen Angaben im sozialen Bereich, indem er den Verein Kinderleben in Form einer jährlich stattfindenden Benefit-Skala unterstützt. Weiterhin ist er als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alba Berlin Basketball GmbH zugunsten des Berliner Sports aktiv. Beruflicher Werdegang Während seines Studiums war Axel Schweitzer in dem von seinem Vater Franz Josef Schweitzer gegründeten Recycling-Unternehmen Alba als technischer Berater und Marketing-Spezialist tätig. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete er von 1993 bis 1994 Promotions begleitend in Locano bei der Thermoselect S.A. im Verkauf und als technischer Berater. 1995 wurde Schweitzer in den Alba-Vorstand berufen. Zusammen mit seinem Bruder Erik Schweitzer formte er, nach dem Tod des Vaters 1998 und Übernahme der Gesamtverantwortung im Unternehmen. Aus der Alba Group eines der weltweit zehn größten Unternehmen im Bereich Umweltdienstleistungen und Rohstoffversorgung. Außerdem war er zwischen 2005 und 2008 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Albas E1, bevor er dort 2008 die Position des Vorstandsvorsitzenden übernahm. 2013 wurde Schweitzer zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. 2013 wurde Schweitzer zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt.